Leute, herzlich willkommen zurück. Unsere aktuelle Produktion macht innerhalb von 10 Minuten 2,4 Eisen. Ich glaube, vorher waren es 2,0 und jetzt macht es 1,6 Kupfer. Vorher waren es 1,4. Das heißt, alleine der Fakt, dass ich hier von diesen zwei Dingern das Abfallprodukt komplett weiter verwende, macht es um einiges effizienter. Aber, ich bin ehrlich, ich kann mir Ressourcen sparen. Ich habe euch angelogen. Das kann ich auch so machen. Ich muss das Ding nur wieder bepowern. Achso, ja, den brauche ich gar nicht mal so weit, sondern bis hierhin. Das reicht komplett aus. Damit spare ich mir nämlich dieses Ding, weil das ist relativ ressourcenaufwendig. Äh, genau. Schnappe ich mir mal die Sachen. 60% habe ich. Äh, das heißt, 5 sind 10%. Das heißt, ich brauche noch 20 Stück davon. Ich habe ein bisschen rumgeklickt. Äh, die Farm hier hat nicht funktioniert. Ich hatte vergessen, diese Pipe zu setzen. Und hier hinten kam kein Wasser rein, weil da hinten, weil noch unten der Wasseranschluss war, der nicht funktioniert hat. Hier habe ich ein paar Rohre abgebaut. Es wird zwar niemand bemerkt haben, aber die Farm hat sich leicht verändert. Äh, genau. Jetzt wird dann der nächste Research fertig gemacht. Und wenn ich das dann fertig habe, kann ich das hier anstarten. Ach, der ist schon auf dem Plan. Ich verstehe. Äh, will ich das oder will ich das? Ich glaube tatsächlich, dass ich eher das hier haben möchte, weil der cooler ist. Für den brauche ich aber das hier nicht. Doch, den brauche ich. Haha. Den brauche ich, den brauche ich. Äh, was brauche ich nochmal hierfür? 1, 2, 3, 8. Dafür brauche ich dann... Was ist denn das? Ach, das sind die coolen, äh, Filter. Passt. Dann mache ich das. Weil mit dem Gerät, was ich da jetzt zuletzt, äh, angeklickt habe, kann ich relativ einfach, äh, 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 wie heißt... Arbeiten. Reden ist schwierig. Ich kann hier vorne auf dieses Band... Naja, von hier aus kann ich das machen. Äh, äh... Beziehungsweise werde ich mal kurz das hier abreißen und um... Und ganz nach unten setzen. Naja, wenn schon muss es 1 höher. Äh, so, so. Das heißt, rein, rein, raus, raus. Dann kann ich hier vorne zwei Stück hinsetzen, weil... Ich muss bald mal anfangen mit Ressourcen zu schonen, zu sparen. So und so. Ihr tut dann bitte in... Die Kiste rein. Die Kiste ist dann hier und dort. Äh, passt perfekt, passt perfekt. Du machst bitte Eisen, du machst Kupfer. Die Reihenfolge ist ja ziemlich egal. Hier kommt Kohle rein. Äh, die Idee dahinter ist nämlich... Ziemlich einfach, aber muss man auch erst mal machen. Äh, wir brauchen hier... Äh, hier, hier. Wir brauchen hier nämlich einen Kohlezugang. Ziehe ich das Ding einfach mal hoch. Ich werde jetzt anfangen... Ach, dafür brauche ich mehr Eisen wieder. Okay. Dann arbeite ich erst mal wieder, wie vorher, nur mit, äh, einem. Genau, ja. Äh, das setze ich einfach mal hier hinten hin, weil ich gerne ein bisschen Platz haben würde. Ganz nach oben. Äh, zack. Zack. Das heißt, hier kommt das hin, hier kommt das hin. Du produzierst dann wieder Alge, wie wir es schon mal hatten. Äh, du kannst gerne schon mal bepowert werden. Tendenziell hier hin, wenn das geht. Das geht. Äh, von hier aus wird nämlich rausgetan in den hier. Der hier tut dann in den hier rein und der dann in den hier. Das heißt, diese hier brauche ich mal mindestens nicht. Äh, mache ich das genau andersrum. So, so. Du tust dann bitte hier rein. Zack, zack, zack. Da, da. Äh, genau. So, von hier aus geht das Ganze dann in einen Ofen. Das kann ich dann hier vorne raus tun. Du nimmst, äh, das war genau falsch herum. Du nimmst dann bitte von hier und das Ganze geht dann in einen Ofen rein. Von dem Ofen wird gegeben und genommen. Setze ich das Ganze mal genau andersrum hin. So. Und damit haben wir dann... Ha, das geht sich nicht so aus, wie ich gedacht habe. Egal. Fangen wir hier einfach mal an. Äh, du machst bitte das. Du führst dann da rein. Also machst du das. Du machst das. Du machst dann Kohle. Äh, du brauchst erstmal Startmaterialien. Dann brauchen wir hier so und so und so. Was ist denn, wenn ich da jetzt so reingehe? Nichts Gutes auf jeden Fall. Oh, ihr zieht da wieder raus. Das möchte ich gar nicht. Äh, so und so. Das reicht aus. Dann kann ich die Ressourcen runternehmen. Die verstauen nämlich ansonsten... Äh, die machen ansonsten nur das System voll. Das brauchen wir nicht. Genauso wie euch. Äh, genau. Genau, genau. Du kommst da rein. Äh, von hier aus... Mach ich dich einfach mal um eins länger. Der Einfachkeit halber. Weil jetzt funktioniert das so, wie ich es mir gedacht habe. Äh, von hier aus geht das Ganze dann erstmal in eine Kiste. Von der Kiste aus geht es auf das Fließband. Und vom Fließband aus geht es dann genau auf die Seite, wo nix anderes drauf ist, außer diese Ressourcen. Das kann gleich einmal demonstriert werden. Äh, so. So kann alles rein. Ich mach mal das Video aus, was ich mir reinziehe. Okay. Okay, okay. Ja. Ja. Somit läuft jetzt die Produktion. Vollautomatisch. Das hier ist eine... Oh. Oh. Stand der da nicht auch gerade eben? Also ich hab den abgerissen, um den wieder genauso hinzustellen. So. Und hiermit läuft dann jetzt die Produktion vollautomatisch. Wenn Kohle da ist, in der Kiste, wird es da reingetan. Tendenziell wird immer Kohle in der Kiste sein. Äh, nicht unbedingt immer, aber tendenziell. Äh, und hier vorne wird dann... Werden dann neue Sachen produziert. Äh, genau. Dann muss ich mich hier aber noch um diesen Abfall kümmern. An den hab ich grad gar nicht gedacht. Das behalte ich noch. Beziehungsweise du kannst hier rein und du kannst da rein. Parallel dazu, weil diese Öfen hier verbrauchen halt nicht so viel, deswegen wird da tendenziell immer was drin sein, um den Gedanken mal fertig zu erklären. Ihr hier vorne, wenn ihr Ressourcen habt, das würde ich gerne mal in Echtzeit beobachten, Äh, diese Ressourcen werden dann hier auf das Laufband gelegt, auf der Seite, wo keine Kohle ist. Also ist da überall Platz, damit die Öfen befeuert werden können. Mit allen möglichen Ressourcen, die wir brauchen könnten. Äh, ich meine, wir könnten jetzt dann auch mal den Research fertig machen. Kommst du einfach mal mitten in den Weg. Das passt schon. Äh, hätte ich das dann überhaupt gebraucht? Eigentlich ja nicht, ne? Egal, hab ich's schon mal erforscht. Äh, da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Ich fang einfach mal an. Lieber früher als nie. Alles auszuwechseln. Mit den guten Blöcken. Also mit den guten, guten Blöcken. Die, die auch nach ein bisschen was ausschauen. Ich hab zwar bei weitem noch nicht genügend Blöcke dafür, um wirklich alles auszuwechseln, aber es ist mal ein Anfang. Das hab ich zuerst nicht gewusst. Auf der Karte sieht man auch ganz genau, äh, wo Blöcke schon ausgewechselt sind und wo nicht. Da sieht man's dann eigentlich auch unter den ganzen Maschinen. Äh, beziehungsweise glaube ich nicht. Aber dann erkennt man auch die einzelnen Flecke, wo nix ist. In der Zwischenzeit kamen wieder zehn Stück rein. Also das ist schon ordentlich schnell. Und jetzt wieder zwei. Und eigentlich kann ich jetzt immer so weitermachen und da kommen zwei Stück rein in der Zwischenzeit. Also, ich habe genug, will ich damit sagen. Äh, genau. Die Kohle hier vorne wird sich anstauen. Da, 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 da. Äh. Mache ich das Ganze einfach mal direkt so. Äh, das war genau wieder falsch herum. Dann teilt der wieder aus. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich könnte ich jetzt wieder das Video pausieren, bis mir einfällt, was ich anderes machen kann. Äh. Äh, die erste Idee ist jetzt erstmal die Forschung voranzutreiben, damit ich dann später mit den Washing Plans sehr viel mehr machen kann als zurzeit. Ähm, genau. Genau, genau. Strom bin ich ja aktuell noch bedient. Äh, ich wäre aber nicht mehr bedient, wenn die Windturbinen nicht doppelt so viel ausgeben, wie sie normalerweise geben. Deswegen kann ich eigentlich hier gleich mal die Stromproduktion anfangen. So habe ich das noch nie gemacht, fällt mir gerade auf. Äh, setze ich dich einfach mal hier hin, der Einfachkeitshalber. Eins, zwei, drei. Genau. Nicht wundern, ich habe mein System. Äh, hier kommt dann das und das hin. Hier kommt dann das und das hin. Das heißt, weil die so stehen, kommt der hier dort und dort hin. Dann brauche ich hier, hier, äh, dort und bumm, hier vorne. Das hier hin. Äh, dann kommt hier das und das hin. Und die Dinger gehören dann jetzt noch verkabelt. Hier vorne kommt dann eine Pumpe hin. Äh, habe ich noch eine Pumpe? Ich habe nicht eine Pumpe übrig. Eine Pumpe kostet mich Eisen. Habe ich nicht mehr ganz so viel. Aber dafür kann ich mich immerhin schon mal darum kümmern, dass hier allgemein alles mal zumindest läuft. Äh, der hier wird dann was brauchen zum Reintun. Der wird was brauchen zum Reintun. Und mit zwei Stück bin ich eh erst mal sehr gut bedient. Ähm, machen wir das Ganze einmal anders. Und zwar brauche ich dafür wieder so einen schönen Splitter. Der kostet mich aber Eisen. Ich habe Eisen. Ein Splitter. Und danach brauche ich wieder mehr Eisen für mehr Bänder, weil der eine Splitter reicht mir nicht aus. So. Ich sage mal, 50% soll hier rein. Die anderen 50% sollen da lang. Das ziehe ich dann hoch bis auf den zweiten, weil dann habe ich auch eine Absicherung. Äh, weil die Produktion produziert zwar noch lange nicht genug, um zwei Stück zu betreuen, aber mit einer Kiste als Puffer habe ich auf jeden Fall erst mal Zeit, um loszulegen. Ja. Hm. Mache ich das Ganze gleich mal fancy. Ich brauche aber auf jeden Fall erst mal wieder Eisen. Äh, genau. Ja. Und die andere Seite kann man aktuell noch ignorieren. Äh, das liegt aber daran, da ich eher zu faul bin als alles andere, um das Ganze fertig zu machen. Und jetzt würde auch die andere Seite funktionieren. Fehlt nur noch der coole Kohlezugang. Nicht der coole Kohle, sondern der Kohlezugang. So, damit habe ich dann wieder die nächsten Bänder. Der eine hier kriegt jetzt wieder Zeug. Ich finde es echt cool, dass ich bis jetzt noch kein einziges Mal meine Generatoren gebraucht habe. Ich finde es echt cool. Ähm, genau. Dann brauche ich noch eins, zwei, drei. Drei Bänder. Forschung Alge abgeschlossen. Perfekt. Perfekt. Äh, genau. Chemical Plant wäre schön als nächstes und danach die Filtration Unit. Damit ich danach das hier starten kann. Und eigentlich kann ich danach direkt schon auf Logistics Stufe 2 gehen. Beziehungsweise wäre das hier erstmal cooler, weil ich damit wieder mehr Ressourcen rausbekomme. Äh, und damit muss ich dann natürlich Eisen und Kupfer freischalten. Und somit habe ich meine nächsten vier Stunden Spielzeit an AFK-Zeit schon verplant. Ähm. Kommt mir gerade ein bisschen komisch vor, mehrlich zu sein. Ich glaube, den hier kann ich mir sparen. Indem ich zum Beispiel sage, hier, du gehst nur da lang. Und dann setze ich hier vorne, ha, jetzt fehlt mir ein Greifarm. Sehr schön. Äh, kann ich mir dann auch das hier sparen. Naja, das geht sich null so aus, wie ich es mir gedacht habe. Ähm. Was ist denn, wenn ich diese Sachen hier genau umdrehe? Das heißt, du kommst dorthin, die Kiste kommt eins rüber, du tust rein, du holst raus, und zwar von hier nach dort. Äh, so, 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 so. Weil dann kann ich jetzt sagen, hier vorne kommt der Splitter hin. Ja, ich glaube, so wird ein Schuh draus. Äh, genau. Jetzt brauche ich immer noch einen Greifarm. Den dürfte ich bald mal haben. Und danach fehlt mir noch ein Band. Danach wäre auch theoretisch die, äh, naja, um ganz, 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 ganz ehrlich zu sein, aktuell reicht mir auch einer. Also ein Brennofen. Aktuell reicht mir ein Brennofen. Du nimmst bitte von hier und tust nach dort. Und das Ganze kann dann bitte geteilt werden. Äh, der eine führt hier vorne hin und der andere läuft erstmal ins Leere. Ich verstehe es nur gerade nicht, warum der primär nach dort tut. Äh, nicht bevorzugter Eingang, sondern bevorzugter Ausgang. Der tut es immer noch nur nach dort. Hm. Das heißt, das klappt allgemein gar nicht, so wie ich es mir denke. Ja, passt schon. Äh, genau. Das heißt, ab jetzt geht wieder alles in die Forschung rein. So die Idee. Äh, ich kann aber hier hinten, habe ich gemerkt, weil ich noch zwei von den Dingern habe, kann ich den hier umsiedeln. Ich sage hier, was wäre denn damit und damit, damit. So. Jetzt habe ich hier nämlich wieder Platz für eins, zwei. Dann habe ich auch wieder maximal Windturbinen, Windturbinen, Strom. Haha. Äh, genau. Mittlerweile fängt es an, dass ich mehr Kupfer habe als Eisen. Kann man als gut ansehen, kann man als schlecht ansehen. Äh, ich sehe es als bekanntes Übel. Also, nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, äh, nichts Gutes, nichts Schlechtes. Äh, genau. Ich lasse das Ganze einfach mal laufen. Ich glaube, in einer Stunde oder so melde ich mich wieder. Ich habe ja jetzt aktuell 2,8 Eisen die Minute und 1,6, äh, Kupfer die Minute. Äh, genau. Genau, genau. Bei der Kohle ist eigentlich immer bloß wichtig, dass ich mehr produziere, als ich verbrauche. Weil das heißt, dass sich irgendwo was anstaut, äh, an Kohle. In diesem Fall ist es diese Kiste hier. Äh, und parallel zu der Kohle, weil ich ganz, 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 ganz genau weiß, dass ich demnächst mehr brauchen werde. Naja, weißt du was, kann ich ja gleich mal. Ich habe mal ausgerechnet, eines hiervon dauert 24 Sekunden. Ich habe 5 davon, also sind das, warte, stimmt das? 2 Sekunden für 1. Ich brauche 12 Stück, also 6 Stück für einen Wood Pallet. 12 Sekunden und ich brauche 2 Wood Pallets für einen Wood Brick. 24 Sekunden, genau. Äh, nee, gar nicht. Ich muss das anders rechnen. Ich rechne einfach mal mit ganzen Zahlen. 2 Sekunden mal 12 Plus 2 Sekunden mal 12 Plus 2 Mal 4 Warte, 2 Sekunden Mal 12 Dann habe ich eins. Dann habe ich, äh Habe ich eins davon. 2 Sekunden mal 12 24 Sind wir bei 27 Für zwei Stück davon 27 Sekunden mal 4 Ja, sage ich mal 100 Sekunden 110, 115, sowas Plus 14 Ja, sind wohl doch eher eineinhalb Minuten pro Ding Anstatt 30 Sekunden pro Ding Das wirkt auch realistischer, wenn ich mir angucke, wie lange es hier vorne dauert, bis die Sachen fertig sind Ich sage mal eineinhalb Minuten pro Ding Also Mit 50 Stück bin ich gut mit einer Stunde bedient Von dem her Äh, mit Shift macht man übrigens einen großen Haufen Mit Rechtsklick einen kleineren Und mit Linksklick einen einzelnen Nur so mal in den Raum geworfen Äh, genau Aber Da ich gerade Lust drauf habe und das echt satisfying ist Ah, so schön So schön, bald ist meine ganze Insel grün Ich werde nie wieder dieses doofe Grau da haben Sondern dieses coole Grün Ähm, ja Genau Ja Äh, das hier ist dann tatsächlich auch Die Art und Weise, die man hoch Oh, gar nicht Ganz und gar nicht So wirklich gar nicht Das ist es wirklich Ganz und gar nicht Das kommt hier hin Das kommt da hin Du kommst hier hin Und da hin Währenddessen kommst du und du Hier hin Und Ne, da fehlt sogar noch ein Platz dazwischen Haha Also die Überlegung ist nämlich Dass man hier dann später mit Untergrundpipes durchgeht Damit die Kohle innen drin transportiert wird Äh Das heißt aber im Endeffekt Dass das hier mal mindestens um einen Block nach hinten muss Äh Da, da, da Da, da, da Da Äh So Weil dann kommt hier und hier das noch hin Dann kann ich die hier abbauen Das wirkt mir gerade aber ein bisschen komisch Um ehrlich zu sein So habe ich das nämlich nie gebaut In meiner privaten Welt Nenne ich es jetzt mal Äh Aber Der Erfolg wird mir recht geben Ähm Ja Genau Die Überlegung ist nämlich Hier kommt Kohle rein Geht durch Aber ich glaube um Eisen zu sparen Habe ich ein bisschen auf Platz Äh Habe ich ein bisschen Platz aufgegeben Äh Weil mehr Sinn ergibt das Ganze Wenn der hier ist Spare ich mir halt Eisen am Ende des Tages Nicht vergessen Ich bin ein Profi in dem Spiel Habe ich jemals was anderes behauptet Äh Ich glaube nicht Ich kann mich nicht dran erinnern Hallo Olaf Ähm So und so So und so Weil dann kann ich jetzt ganz einfach so und so hier her gehen Schaut schon besser aus Äh Die Idee ist nämlich Dass man hier Quasi mit Kohle reinkommt Das Ding hat eine Kiste vor sich Wo es gefüttert wird Das heißt jeder hat eine ganze Eisenkiste voll als Puffer Äh Falls dann doch mal weniger Kohle produziert wird Aus irgendwelchen Gründen Als verbraucht wird Äh Ja Da passt dann die Kiste immer hier perfekt in die Mitte rein Und dann kommt hier ein Untergrundbelt Dann kommen da wieder die Bänder bis zum Ende Dann kommt wieder ein Untergrundbelt Und das zieht sich halt nach hinten Und zwar so abgestimmt mit wie viel Kohle ich aktuell produzieren kann Um ein bisschen Überschuss zu haben Weil ein bisschen Überschuss ist immer besser als Ein bisschen zu wenig Hab ich gelernt mittlerweile Aber hier vorne so wie es ausschaut Haben wir auch nie Überschuss Weil die Sachen immer genau so viel produzieren Wie der danach verbraucht Das ist cool Also wirklich 200 produziert der Der verbraucht 200 Der produziert 200 Der verbraucht 200 Ja Sehr sehr cool Das heißt aber ich kann mir die hier auch aktuell sparen Ja Sehr sehr cool Also wirklich sehr cool Äh Ja Hab ich jetzt dann wohl doch wieder 7 Minuten aus nichts rausgequetscht Einfach nur indem ich das Ding hier umgestellt hab Ich frage mich immer wieder wo meine Zeit hingeht wenn ich Faktorio spiele Aber irgendwo weiß ich es dann aber auch Hierfür brauche ich 20 Stück Das heißt äh 40 Kupfer 20 Eisen Genau andersrum Ah manno warum kostet es mehr Eisen als Kupfer Ja Ja Ich kann dann eigentlich gleich genügend Also 20 40 60 80 130 260 Eisen 260 Eisen kriege ich in Kriege ich in Warte mal Warte mal Nicht 260 20 40 60 20 40 60 80 Okay aber solange wie ich den dann nicht hab kann ich mit dem nix anfangen Solange ich die nicht hab kann ich mit dem nix anfangen Weg damit 20 40 60 80 160 160 Eisen 160 Eisen Das wollte ich nicht hier wollte ich hin Bekomme ich in In 40 Minuten also wenn ich in einer Stunde circa wiederkomme dann esse ich jetzt entspannt etwas Mach eine etwas längere Pause als vorher Vorher waren es immer nur so 10 Minuten Pausen Ich will einmal kurz auf den Spiel auf die Spielzeit hinweisen Das erste mal habe ich das Spiel geschlossen nach der ersten Aufnahme Speicher ich mal Wir sind jetzt drei Stunden weiter Zweieinhalb Und der andere Spielstand ist hier Ich lade mal kurz Weil ich Lust drauf hab In den anderen Spielstand rein In C Block Und guck mir mal an wie viel mach ich denn da Ich mache in 10 Minuten 40 Eisen Also 40 Eisen die Minute Ich mache gerade nicht mal ein Zehntel davon Aber Ich habe auch weniger als ein Tausendstel an Ressourcen die ich hier verbraucht habe Ich bin hier ein bisschen Overkill gegangen mit den Dingern Eigentlich reicht es komplett aus wenn ich Ja Acht Stück weniger verwende Damit hätte ich mir auch nochmal einiges an Ressourcen und Strom gespart Ich zeige einmal kurz rum Ich habe einen Verbrauch von Ja ich sag mal 22 Megawatt Die Sekunde Also 22 Megawatt Äh Das Ganze wird mit den Dingern hier gemacht Eines davon ist doppelt so effizient wie die Stufe 1 Variante Also das hier ist die Stufe 2 Variante So schaut dann das Endsystem aus Ich habe nur hier noch eins weiteres gemacht als Puffer Weil die auch noch ein bisschen was an Dampf ansammeln Äh Genau Und hier schaut es dann halt so aus wie ich es erklärt habe Kohle kommt rein geht in eine Kiste Wenn die Kiste voll ist geht es weiter zur nächsten Kiste und zur nächsten Kiste Manchmal kommen einzelne durch und gehen dann schon weiter Weil ich halt immer direkt alles am Stück baue Und aktuell in 10 Minuten produziere ich Ich produziere 770 Kohle die Minute Und ich verbrauche 400 Und das heißt ich habe jetzt 6 Dampfmaschinen aktiv Tief im Betrieb Äh Ja Die Farm ist ein bisschen größer ausgelegt Ich glaube sogar dass ich hier 8 Stück zu viel hingebaut habe 8 von diesen Dampfmaschinen Äh Die Verbrennungsmotor Äh Verbrennungskessel habe ich ungefähr 4 Stück zu viel gemacht Aber lieber ein bisschen zu groß als zu klein Und viel zu viel Eisen Ich dachte halt dass das System cool aussieht Wenn hier äh Ja Hehe So ganz große Laufbänder durchgehen Aber da die Dinger nie voll sind Und ich ungefähr Äh Nicht eines Sondern 2 Stück auf ein Laufband quetschen könnte Und mit den Stufe 2 Laufbändern Die ich auch schon in Verwendung habe Um hier vorne von genug durchzukriegen Zumindest dachte ich das Brauche ich tatsächlich gar nicht Äh Das ist auch die letzte Aufnahme für heute Und ich werde in einer Stunde circa Äh Ich gebe einfach mal kurz an mit meiner schlecht geplanten Basis Äh Ganz viel mit Untergrund Pipes Ganz viel Spaghetti Bolognese Äh Ja Ich habe hier Sehr doll darauf gebaut Diese Dinger zu verwenden Hier vorne ist dann die Anlage Auf die ich gerade Äh Mein Research aufbaue Also links hiervon Ist alles schon bekannt In der Theorie wie es funktioniert Und ab hier wird es dann lustig Der nimmt dann nämlich Von diesen gecrushten Kupfer und Eisen Ressourcen Nimmt er 4 Stück Und macht daraus dann 2 Kupfer Und Eisen Erz Also 2 Kupfer einmal Eisen Und umgekehrt Äh Weil ich ja beides an Ressourcen bekomme Also Bekomme ich quasi aus 4 Stück 3 Kupfer 3 Eisen Aber Die Dinger Kann ich dann einschmelzen 24 von diesen größeren Brocken Äh Kann ich dann zu 24 Geschmolzenen Eisen machen Und diese kriege ich Eins zu eins Wieder zurück in die Kiste Und so sieht übrigens Tin aus Das ist der Grund Warum ich Äh Ungefähr Eineinhalb mal so viele Ressourcen rausbekomme Wie in meiner anderen Basis Also kann man nicht sagen Ich kriege 20 mal so viele Ressourcen Sondern eher so Äh 15 10 10 15 Irgendwas dazwischen Mal so viele Ressourcen Äh Für ungefähr 100 bis 1000 mal so viele Ressourcen Als Input Weil ich hier halt so ein Ich fand cool aussehendes Aber extrem NF Ineffizientes Design Gewählt habe Und man sieht Ich habe hier Ganz komisch Ganz spät erst angefangen Mit äh Dem schönen Gras Zu arbeiten Aber das schöne Gras Ist eigentlich die Zukunft Äh Hier hinten ist Eine kleine konstante Schwarze Äh braune Algeproduktion Bis das Ding vollläuft Und die grüne Alge Benutze ich einfach Nur damit ich einen kleinen Extraschub an Energie habe Äh Genau Wie ihr seht Mit der aktuellen Geschichte Obwohl die 8 Stunden Ungefähr aktiv gelaufen ist Äh Naja Eher so 6 Stunden Würde ich mal schätzen Hab ich Äh Hä Gerade mal genug Damit ich nicht Äh Zu viel Strom verbrauche Und hier sind dann Die anderen coolen Sachen Die ich mir angestaut habe Hier ist alles Was ich mir bisher Gecraftet habe Was ich nicht verwende Kann ich eigentlich Die hier dazu zählen Schiebe ich einfach mal Alles rein In dieser Welt hier Werde ich übrigens Weiterspielen Wenn ich Äh Wenn ich bei der anderen Welt So weit bin wie hier Also im Endeffekt In 4 Stunden Würde ich jetzt mal schätzen Eingerechnet Der 1 Stunde AFK Zeit Äh Ich werde das bei der anderen Welt Nur sehr viel effizienter machen Als hier Äh Ja Ja Das hier Habe ich gerade An Kupfer übrig Wie man sieht Ich bin kein Fremder Bezüglich Äh Zu viel Kupfer haben Also viel mehr Kupfer Als alles andere Äh Das hier sind die Silos Die Silos sind echt cool Die sind zwar Platztechnisch Nicht ganz so cool Aber Das heißt auch Dass man die mit Mehr Insurtern Ansteuern kann Weil die einfach Von Haus aus Mehr Fläche haben Bei denen man Insurten kann Äh Muss ja seine Ordnung Irgendwo auch haben Ähm Ja Ja Genau Ja Äh Das hier sind dann Die nächsten Ressourcen Auf die wir uns Konzentrieren werden Das ist dieses Bobmonium Ohr Äh Aus dem kann man Nämlich Tin machen Und Silikon Und noch viele andere Tolle Sachen Aber ich habe noch Nicht so viel Bedarf An Tin Ich hatte ungefähr 10 Stacks 7 davon Habe ich verbraten Äh Und Naja Nicht wirklich Ungefähr 2 Stacks Habe ich davon Verbraten Das schmeiße ich Einfach mal Alles hier rein Und die anderen Ressourcen kann ich Dann hier hinten Einschmeißen Dann haben die auch Aktiv Äh Eine Äh Benutzung So So Das passiert Mit dem Überschuss Die kommen einfach In Überschusskisten Die dann Immer wieder Weiter Verarbeitet werden Insgesamt ist das Ganze immer noch Nach der ganzen Zeit Ein Kreislauf Der mehr Frist Als er bringt Ich glaube Das wird auch Immer so sein Also ich werde Immer mit Diesen Coolen Elektrolysern Arbeiten müssen Aber hey 32 Minuten Ich habe etwas Überzogen Dafür ist glaube ich Erkennbar Was hier gemacht wird Das Ganze wird dann Zu diesen großen Brocken gemacht Die großen Brocken Kommen dann hier In diese In diesen großen Tank In das große Silo Das Silo Wie ihr seht Hat viele Inserters Angeschlossen Weil man so Effizient Halbwegs effizient Arbeiten kann Genau 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 Und das Ganze Mündet dann wieder Hier rein Das heißt Das ist ein Fast geschlossenes System Abgesehen von Diesem Slack Was ich auf dieser Ebene Rausfiltern Könnte Aber damit Wäre das System Nicht mehr so Kompakt Und ich habe das Gebaut Weil es so Schön kompakt Ist Und wisst ihr Was Nicht Windows Taste Sondern Alt B Ich mache davon Einfach mal Ein Blueprint Weil ich es kann Und zwar schaut Das Blueprint Dann So aus Ich nehme aber auch Die Kacheln mit Schmeiße dich Raus Und die anderen Sachen behalte ich Damit Ist eigentlich Alles gezeigt Was gemacht Werden muss Um Dann Blaupause Äh 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 Das hier Äh 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 Wo war das Es gibt so 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 Viele Items Womit man Sachen symbolisieren Kann Äh Und Kupfer Ich glaube ich habe ja gerade Eisen genommen Kupfer 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 Symbolisiere ich das Ganze einfach mal damit Und sag dann Blaupause erstellen Könnte das Ganze überall mit hinnehmen Aber noch cooler Als Ich kann äh Das Ganze als Code exportieren Sag kopieren Und dann Äh Spiel speichern Genau das ist Cblock Dann äh Spiel laden Gehe ich wieder in Cblock Video Dann kann ich hier reingehen Sag alt B Markiere einfach irgendwas Und sag Oh Oh Äh Ein Moment Das andere Video ist übrigens noch nicht hochgeladen Weil die Videodateien relativ groß sind Aber das ist mir relativ auch egal Äh Cblock Blueprint Import Code Äh Da 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 Took me about 30 minutes to Google to figure this out So Hoping to save Future players Sometime You import and manage blueprints Using Shortcuts In the quick menu At the bottom of the screen However These shortcuts Only unlock Once you Research Construction bots Start a new map Open the console Using the Key Type Uh Das hier This will unlock all technologies on the map and enable you to use blueprints shortcuts quit delete map Now you can import blueprints Hope this helps someone This will unlock all technologies on your new map And enable the blueprint shortcuts Shortcuts across all your safe files Oh Habe ich aber nicht schon die blueprint shortcuts Jetzt wo ich dran denke Das sind die Erfolge Ah Ne Habe ich gar nicht Die sind noch nicht für mich zur Verfügung Ich verstehe Planer Und Meilensteine Okay Aber ich will gar nicht alle Technologien Von dem her Ist es mir egal Ich lasse das Ganze einfach mal laufen Ich habe euch schon viel zu viel Zeit geschluckt Äh Ich wünsche euch alles Gute Macht's gut Bleibt sicher Tschüss Ich wünsche euch alles Gute